Ja, Freunde der Nacht, willkommen zurück bei einem neuen Part von Bulletstorm. Wir haben hier den kleinen Kampf absolviert und schon kommt der nächste. Munitionssparen? Ja, machen wir. Eingesaugt. Ach ja, gut. Dann können wir echt alles... ...alles verwenden. Bein Beschuss? Ja. Oh oh. Aber wieso Munitionssparen? Ich habe doch so viel Munition. Was willst du denn hier? Ja, so geht's auch. Komm. Dann nehmen wir jetzt hier... Wie? Einmal schießen und schon tot? Geht doch gar nicht. Toll. Gut. Was wolltet ihr denn alle von mir, hm? Ihr könnt doch nix. Ihr seid doch alles luschen, 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 luschen. Ja, so einfach geht's. Dann kommt gar nicht bis zu uns hoch. Hey. Ich muss mich wohl in Ruhe, du Luke. Okay. Wir lernen, wir... Ja. Laden nach. Mein Gott. Ich habe heute nur Sprachfehler. Gibt's doch nicht. Was soll denn das? Was soll denn das? Was soll denn das? Das ist Sprachfehler. Zack. Ne geht nicht. Okay. Haben wir hier noch irgendein... Jo, da oben. Na, geht's doch langsam besser. Ja, komm. Komm, komm, komm. Mein Gott. Was ich hier verschieße dafür, ne? Nur für diese blöden Elektrofliegen. Geht doch. So. Rüber. 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 Nicht drunter. Mein Gott. Geht doch. Und... Haben wir hier noch was? Nö. Also, gucken wir mal. Was wir hier machen können. Feines. Upgrade nicht verfügbar. Ja, Muni, Muni. Detonation freischalten. Ah, haben wir noch nicht. Okay. Ja, also schön sparen für die Detonation. So. Im generell möchte ich auch alles sparen jetzt. Leer. Wir haben unsere Mädchen offenbar ein Begrüßungskomitee geschickt. Dutzende von Toten. Sie hat ihre Gastfreundschaft wohl abgelehnt. Wir jagen eine fähige Soldatin. Ja, aber sie hat eine Spur hinterlassen. Sie weiß also nicht, dass wir ihr auf den Fersen sind. Ja, das ist schon mal gut. Ja. Eine Spur des Verderbens hat sie hinterlassen. Wenn sie uns Ärger macht, überzeugt sie vielleicht mein Stiefel in ihrem Arsch. Ah, was geht, ne? Kommt doch alle her. Ja, komm. Ich möchte dich gerne. Hä? Verschwindet einfach da drin. Identifiziert euch oder ich eröffne das Feuer. Hör zu Mädchen, bitte. Wir sitzen hier schon seit Ewigkeiten fest. Hilfst du uns von dieser Welt wegzukommen? Ja? Fick dich doch. Wenn ihr scheiße mich verfolgt, reiß ich euch eure Schwänze ab. Was soll das denn bedeuten? Du reißt unsere Schwänze ab? Ich reiß deinen Schwanz ab. Was sagst du dazu, hä? Apropos Schwänze und Abreißen. Apropos. Ja, beruht das jetzt was? Nö. Doch, macht er noch. Ah, nein, 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 nein. Geh in Deckung. Lauf. Ja, lass mich doch in Ruhe, ey. Wo sind noch welche? Ach, da oben. Ja, komm runter. Ach, nee, der ist zu schnell, ne? Dann geht der halt schwimmen. Hm, geht noch nicht, sag ich mal. Klettern, ja. Aber noch sind die Gegner nicht alle weg. Es ist ne ganz miese Position. Definitiv. Und tschüss. Ach, Mann. Ich wollte noch gar nicht rüber. Naja, dann muss ich das halt machen. Komm, kletter mal ein bisschen schneller hier. Sonst erwartet uns gleich auch einer auf der anderen Seite. Ich konnte nicht schießen. Keine Sorge, ich habe ihn erwischt. Ja, ich konnte nicht schießen. War doch Absicht, du Penner. So, Bierflaschen oder Elektrofliegen oder so? Nee. Nö. Nö. Ach, das ist mein Kumpel. Wie ist denn der da runtergekommen? Der war doch grad noch da oben. Mein Gott. Ich glaube, hier weiter weg. Ich bin von den Fliegen, das so einfacher geht. Und zack, treffe ich keine einzige, ne? Ach ja, komm. Ihr Signal ist tot. Sie ahnt etwas. Jetzt nochmal hier. Zack. Zack. Und. Nacktparade. So, drei Stück noch von den Dingern. Jetzt können wir aber hier, ne? Peitsche. Jawoll. Detonations-Upgrade. Komm, wir kaufen mal eine. Jetzt können wir die, glaub ich, packen. Und während wir sie gepackt haben, sie turnieren lassen. Hm. Da sind schon wieder. Komm. Komm. Geil. 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 Geil, geil, geil. Das hatte ich ganz vergessen. Dass ja alle hochgejagt werden, sozusagen. Fliegst du rein? Ja. Du auch, ne? Wo fliegst du hin? So. Super. Ja. Genau. Sind hier auch noch irgendwo, äh. Nö. Aber ich glaube, ich gehe nochmal zurück und hole mir, aber ich glaube, das geht gar nicht mehr. Ja. Weißt du, er ist da noch, aber... Geht gar nicht, ja. Gut, dann wird er halt hierhin gespawnt. Äh. Ja. Das verwenden. Aber erstmal gucken, was hier ist. Nix scheint hier zu sein. Nö. Dann. So. Zack. Verwenden. Ja. Das war's. Kacke. Nicht aufgepasst. Tja. So geht das, ne? Ich hätte mir die Bombe einfach, ähm, mit der Peitsche holen sollen. Mach ich auch jetzt. Ach so. Wir machen das jetzt so. Wie hab ich euch jetzt schon besiegt, oder nicht? Ja, scheint so, ne? Ich hätte euch gerne alle in die Luft gejagt. Komm. Geht doch. Ich hab ja auch beide Bomben mit einmal hochgejagt. Hey. Was hey? Mist, was ist das? Ein Punkt für die Lady. Tja. Dann machen wir das halt so, ne? Ich krieg dich schon, du Lady. Wieso hast du Angst von mir, hä? Detonations-Upgrade und kaufen, kaufen, kaufen. Das ist nämlich richtig geil. Richtig, richtig geil. Die Detonation. Ist hier noch was? Nö, da ist nur... Abombe. Die jagen wir doch mal hoch. Vielleicht sind da ja Flaschen, an die man sonst nicht rankommt. Das könnte ja clever gemacht sein von dem Spiel. Was habt ihr denn? Wie beschreit ihr so? Fahnschmerzen? Ach so, da ist ein Kakteen. Hab ich noch gar nicht gesehen. Ha, Kakteen noch nicht gesehen. Versteht ihr? Umwelterrorist. Jawoll. Kommt doch mal alle her. Kommt in den Stacheln und noch zusätzlich verbrennen. Und durch was sterbt der jetzt durchs Brennen? Okay. Geil. Ja ja, mach ich ja. Aber der will noch nicht. Oh. Ich hab's nicht. Geil. Oh. Oh. Was ist das? dann ebenso geht auch einfach drauf halten wenn so macht es spaß waffen holen mehr ist hier anscheinend erst mal nicht auch da oben wenn ich schon so eine geile mini dann habe meyer ist auch damit bedeutet schwärme 19 von 21 zwei stück noch der außenquadranten du soll diese glücksgefühle in den gewaltigen terror dome mit vollständigen um sie und ihre gesamte wunderschöne familie zu verzücken bist du bereit für ein bisschen verzückung meine wunderschöne familie hier guck dir das mal an so nächste kapitel der schlimmste familienurlaub erscheinend sind wir jetzt teil des spiels mehr oder des films willkommen zu ihren schlimmsten albträumen und ängsten dem terror dome sehen und staunen sie angesichts der abschuldigen drobe des mächtigen und schrecklichen mekaton der legende nach kann ein mutiges herzen den gewaltigen mekaton zähmen und sogar kontrollieren haben sie den mutiger zu finden nö habe ich nicht eben hier auf dem sack ich bin ja immer ganz viele leute vor oder was versorgungskapsel finde ich gut aber sind hier neu zuge freischalten ich glaube ich mache mal erst hier sowas erst mal schön upgraden ich wünschte es hätte sowas schon gegeben als ich noch klein war ich kann mir vorstellen dass deine eltern diesen wunsch nicht geteilt hätten warum nur warum sieh da sind für deiner fehl ja der fehlt nicht mehr lange würde ich mal sagen ich weiß nicht welchen zweck das hier erfüllt ach komm schon willst du mir wirklich erzählen du hättest keine lust hier mit einem dieser meckert uns herum zu winken nur für beschäftigte ich bin ich jetzt ein ach guck mal hier jetzt bin ich ein mecker doch ein riese geil heute muss man alle herkommen und den tag sagen ihren freundlichen spinner von nebenan ach so ich habe jetzt nicht mit im spiel geredet ich habe wirklich hier in echt geredet ach so das bist du mein gott ich erkenne dich nie wieso leuchtest du nicht grün oder so das ist doch nicht so da bist du sowas geht jetzt ab hier fahren die autos aber nichts passiert einfach schön in den stings rein treten immer hier noch was nö da geht es gar nicht lang gut dann eben so schrei doch nicht so wie so ein spinner tschüss geht es dahinter nein geht es nicht will noch einer was von mir hier oh das ist gar nicht geladen graffiti ok oh du kannst nicht treten ne noch jemand noch mehr ok erstens zuletzt ah ja genau das ist das wieder was ich sonst immer versuche mhm wo geht es denn hier weiter kann mir das mal einer sagen ach da verwenden verarschen will hier keiner irgendjemanden krass ist der schlimmste familienurlaub aller zeit ja siehste gut dass du nicht als kleines kind hier warst wer hätte es für immer albträume ja freunde leider sind schon wieder 20 minuten rum ich bedanke mich fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ciao ciao ab 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 b Vielen Dank.